Hallo liebe Investoren, mein Name ist Sonja und das ist mein Mann Martin. Wir sind beide Inhaber und Geschäftsführer der Power Insole Vertriebs GmbH und dürfen euch heute unser Produkt die Power Insole vorstellen. Wer kennt das nicht? Krämpfe während des Sports oder Muskelkater danach, schwere Beine oder allgemeine Erschöpfung nach körperlicher Anstrengung, Unkonzentriertheit nach langen Arbeitstagen oder Schmerzen nach Verletzungen. Das alles lässt sich jetzt verringern oder sogar ganz vermeiden mit der Power Insole. Was ist die Power Insole? Die Power Insole ist eigentlich ein Gelbett, in das ein Chip integriert ist. Auf dem speichern wir Informationen, welche wir auf Zellebene an den Körper senden, um ihnen so zu sagen, sie sollen effizienter arbeiten. Konkret heißt das, dass wir innerhalb kürzester Zeit die Durchblutung verbessern können. Wir haben eine schnellere Sauerstoffanreichung und einen schnelleren Schadstoffabtransport. Gut sehen kann man das zum Beispiel mit der Wärmebildkamera. Das heißt, die Muskeltemperatur wird leicht erhöht. Wir haben wie ein passives Aufwärmen, die Verletzungsgefahr wird geringer und der Muskel ist wesentlich schneller leistungsfähig. Wir arbeiten seit Anfang an mit Ärzten aus der Automolekularmedizin zusammen, haben randomisierte Doppelblindstudien und Tests machen lassen, die gezeigt haben, dass der Laktat bei Ausdehnung wesentlich niedrig ist und die Herzfrequenz bei Belastung sinkt. Um einen Placebo-Effekt komplett ausschließen zu können, haben wir auch Tests in einem Pferdetherapiezentrum machen lassen, die auch super Ergebnisse zeigten. Außerdem haben wir bereits viele begeisterte Kunden und kriegen immer wieder Feedbacks mit spannenden Erfahrungen, wie zum Beispiel weniger Probleme bei Fersensporen oder Krampfadern, weniger Rückenschmerzen und Verspannungen, mehr Ausgeglichenheit, keine kalten Füße mehr, wir haben sogar schon Berichte gekriegt über die Verminderung von Phantomschmerzen. Und das Tolle an der Powerinsel ist, dass sie nicht nur für Sportler geeignet ist, sondern wirklich für jeden, auch im Beruf oder im Alltag, in der Freizeit. Wir arbeiten bereits mit Unternehmen zusammen, die ihre Mitarbeiter im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung ausstatten damit, um so Krankenstände zu vermindern und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu steigern. Ihr seht also, im Grunde ist jeder ein potenzieller Kunde von uns.